Was ist die ganze Welt voller Umstände und Gegenstände, die nach Disruption rufen? Und zwar überall da, wo wir einfach von Prozessen, wie sie heute sind, gestört werden. Niemand steht gerne an der Ampel. Das Abschaffen der Ampel ist eine wichtige Aufgabe für Disruption. Wer es schafft, Autos zu bauen, die nicht mehr an der Ampel warten müssen, weil der Verkehr sich selber reguliert, hat ein riesiges Publikum. Anderes Beispiel Staus. Staus sind eine unglaubliche Verschwendung von Lebenszeit und von volkswirtschaftlichem Wert. Der den Stau abschafft, kann enorme Umsätze damit machen. Oder das Bezahlen an der Supermarktkasse im Supermarkt ist absolute Zeitverschwendung. Mir tut jeder Kassierer leid, der dort sitzt und arbeitet. Bloß in zehn Jahren wird es diese Funktion des Kassierers in dieser Form nicht mehr geben. Wir bestellen in Zukunft entweder direkt im Internet und die Ware wird nach Hause geliefert, oft von Robotern, die sogar die Treppe klettern können. Oder wir gehen in den Supermarkt, packen alles in unseren Einkaufswagen und fahren einfach zur Tür raus. Und das System rechnet automatisch ab. Von heute angerechnet maximal zehn Jahren werden die meisten Autos, nicht alle, aber die meisten Autos, elektrisch fahren und sich selber steuern. Dadurch werden völlig neue Geschäftsmodelle möglich. Zum Beispiel wird es gar nicht mehr notwendig sein, ein Auto zu besitzen, um ständig ein Auto zur Verfügung zu haben. Das heißt, Besitz wird sehr schnell ersetzt werden durch Benutzung. Man bezahlt dann für die Benutzung. Man drückt auf den Knopf auf seinem Smartphone. Ein Auto kommt angefahren. Das wird dazu führen, dass die Zeit, in der Autos ungenutzt auf den Straßen herumstehen und auf ihren Fahrerwarten sinkt. Heutzutage sind Autos 95 Prozent der Zeit nicht benutzt, 5 Prozent der Zeit benutzt. Diese Nutzungszeit wird sich wahrscheinlich auf 10 Prozent, vielleicht sogar mehr, verdoppeln. Das bedeutet, für die gleiche Zahl von Personenkilometern Transportleistung benötigt man nur noch halb so viele Autos. Das berührt alle Branchen, die damit zu tun haben, die Autofabriken, die Hersteller von Reifen, natürlich auch die finanzierenden Banken, das gesamte Händlernetz etc. Viele Autos der Zukunft werden nicht mehr im Besitz ihrer Fahrer sein, sondern man bestellt sich das Auto, wie heute ja auch schon teilweise beim Carsharing, einfach indem man auf den Knopf drückt. Aber im Unterschied zum heutigen Carsharing kommt das Auto eben selbstständig an, fährt selber zum Tanken oder zum Laden, fährt selber zur Wäsche, fährt selber zur Wartung. In dem Augenblick, wo Autos nicht mehr gelenkt werden müssen, entsteht in den Autos ein vollständig neuer Markt, weil die Leute bekommen die Hände frei, die Leute haben Zeit. Und was machen sie in dieser Zeit? Einige werden sicherlich einfach nur entspannen oder schlafen oder aus dem Fenster schauen oder Bücher lesen. Die meisten werden sich aber langweilen und die Zeit nutzen wollen für Kommunikation, für Konsum. Man wird seinen Urlaub planen, man wird seine Wohnungseinrichtung dort bestellen, man wird die Kinotickets fürs Wochenende kaufen, man wird die Theatertickets vorbestellen. Es wird auf den Bildschirmsystemen in dem Auto ganz erheblich kommerzielle Tätigkeit geben. Und der Wert dessen, was dort auf der Plattform, die hinter dem Bildschirm läuft, erzeugt wird, wird den Wert des Autos bei weitem übersteigen, sodass der größte Teil des Geldes, den man mit Autos verdienen kann, nicht mehr mit dem Verkauf oder dem Verleihen von Autos verdient wird, sondern mit der Plattform, die hinter den Bildschirmen läuft, die in dem Auto drin sind. Übrigens, Konsum und Unterhaltung sind längst nicht das Einzige, was man mit dem Auto machen kann. Man kann auch essen, man kann auch schlafen. Die Autos der Zukunft werden teilweise sechs Meter lang sein können und man wird seine Dienstreise von Berlin nach München nicht mehr mit dem Flugzeug machen, sondern sich nachts bequem mit einem sehr komfortablen, fahrenden Schlafzimmer oder einem fahrenden Restaurant durch die Gegend kutschieren lassen und ganz ausgeruht, ohne Stress, am Morgen in München ankommen. Das bedeutet, dass das, was sie produzieren, auch in Zukunft noch produziert wird. Natürlich wird es weiter Autos brauchen. Der physische Gegenstand Auto wird benötigt werden. Aber der Druck auf die Preise steigt, weil die Menschen nicht mehr selber die Käufer sein werden in der Hauptsache, sondern weil es große Flottenbetreiber für Fahrzeugflotten sind, die die Autos kaufen. Das drückt auf die Preise und außerdem wird das meiste Geld, das mit dem Auto verdient wird, nicht mit dem Verkauf des Autos verdient werden. Also, die Autoindustrie wird abgeschnitten, wenn sie nicht aufpasst und sich nicht schnell anpasst, von den entscheidenden Einkunftsströmen der Zukunft.